Hallo meine Lieben, ich bin eure Candylicious. Wie vielleicht viele von euch wissen, auch ich bin eine Drag Queen aus Wien, somit Künstlerin und alle Künstlerinnen haben es derzeit sehr schwer. Deswegen bin ich sehr froh, dass mich der liebe Peter angeschrieben hat, dass es bald eine virtuelle Ausstellung geben wird und er hat mich gefragt, ob ich auch Teil von dieser Ausstellung sein möchte und ich habe natürlich zugesagt, weil auch Drag Queens freuen sich natürlich, wenn ihre Kunstwerke gezeigt werden. Ich freue mich, Teil dieser Kampagne zu sein. Danke lieber Peter, dass du mir diese Möglichkeit gibst. Kurz zu mir, Candylicious. Wie ich schon gesagt habe, ihr findet mich auf Facebook und auf Instagram unter candy__be__licious. Ich bin eine queere Drag Queen, die sich einsetzt für die LGBTI-Rechte. Ich arbeite unter anderem auch für die AIDS-Hilfe Wien immer wieder und mir ist es einfach sehr wichtig, dass alle Menschen zusammenhalten und alle Menschen auch die gleichen Rechte haben. Alles Liebe von mir, von eurer Candy und ich hoffe, ich sehe euch bald einmal live. Alles Gute!